Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Gotik 2, die Nacht des Raben. Ja, auf uns warten jetzt noch drei Höhlen, die wir zu inspizieren haben. Und dann haben wir auch die Geschichte mit den Dracheneiern überstanden. Ich hoffe mal sehr, dass Bennet sich über unsere Lieferung freuen wird, denn wir haben insgesamt, glaube ich, schon fast zehn Dracheneier. Und ich hoffe mal, dass ihr uns daraus eine hübsche Rüstung basteln wird. Wobei ich ja, wie schon vorher mal im Bad erwähnt, also gestern oder so, bin ich sehr der Meinung, dass er sich das was kosten lassen wird, wahrscheinlich der Gauner. Aber naja, er hat uns ja, er zahlt uns ja für jedes Drachenei ein hübsches Sümmchen. Also, werden wir sehen. Alter, du blöde Krähe. Schreckt mich da. Lol, die Banditen liegen immer noch hier. Nichts zu holen. Nichts zu holen, ja. Weil ich möchte zum einen mal hier rein. Achso, da war wieder abgesperrt, ne? Hm. Hä? Warum sind hier... Ah, das ist ein Schalter. Genau. Wia. Dann schauen wir mal. Hier war das Erz drin, glaube ich, ne? Also, mich würde es... Tatsächlich. Es sind Ex-Menschen hier. Ich wollte gerade sagen, ich würde 200 Menschen hier werden. Aber, jup. Die sind hier. Halschangar. Halschangar. Kommt, gestern. Krüppel. Jawohl. Und der nächste. Boah, ich liebe es. Ich liebe unseren Einhandschwertstil. Echt. Das läuft super. Ich werde auch gleich Licht machen. Moment. Schöpfel. Äh, das wird dunkel. So. Schon besser. Boah, zum Glück waren das jetzt nur drei, ne? Ich habe schon wieder schwarz gesehen. Haha. Und da haben wir ein Drachenei. Schön. Komm zu Papa. Hervorragend. Dann schauen wir mal in den Gang da rein. Ja, das sind auch welche. Und auch noch ein Drachenei. Katschangar. Perfekt. Wow. Der hat wieder gut gesessen. Komm, schnipp weg. Du dämlicher Echsenheini. Geht ja. Schön. Noch ein Drachenei. Da drin ist nichts, ne? Nein. Aber hier haben wir noch ein schönes Drachenei. Willkommen im Grüppchen. In der Kindergartengruppe. So. Pass. Die Höhle haben wir auch fertig. Jetzt müsste... Jetzt muss ich mal grübeln und studieren. Wo wir als nächstes hin müssen. Äh, ich glaube bei Onershof noch ein Stückchen rauf. Und da muss ich mal schnell auf die Karte schauen. So, machen wir gleich jetzt. Wo sind wir denn? Also bei welcher Höhle? Bei der. Okay. Wartet mal. Da müsste es noch wo eine geben. Ich denke mal... Boah, wo war die denn? Da unten? War da auch eine? Also... Boah, da habe ich gar keine gesehen. Ich vergesse eine Höhle. Das gefällt mir gerade nicht. Verflixt. Okay, hinter uns. Da lang? Verflixt. Wo soll die denn sein? Ah, da hinten vielleicht. Warte mal. Halt, da ist ein Degen. Und ein schwerer Ast. Okay. Quasi da... Da, 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 da hinten. Also hier so. Aha. Okay, da war ich noch nicht. Könnte sein, dass hier noch eine Höhle ist. Das schaut ganz verdächtig aus. Ja, da war ich nicht. Das habe ich übersehen. Peinlich. Aber naja, was soll's. Ist ebenfalls eine Mine. Oder eine ehemalige Mine, sagen wir so. Vielleicht finden wir sogar noch ein paar wunderschöne Erzbrocken an. Die würde ich auf alle Fälle liebend gerne mitnehmen. Was haben wir da hinten? Ist da was versteckt? Nein. Okay. Dann schauen wir da mal rein. Ich speichere das lieber mal. Das könnte sonst ins Auge gehen. So. Sie ist am Öffentlich. Wow, ein Skelett. Viele Skelette. Oh, hallo. Grüß euch. Ja. Wir sind der Held. Und ihr seid's. Wow. Bald hin, hoffentlich. Zombies. Alles ist da. Ist ja ekelhaft. Ich hasse Zombies. Komm, ja, du schiefes Viech. Das ist wieder so ein Flotter, ne? Komm, gestern. Echt. Der wehrt sich halt immer. Sind da Goblins? Was? Der Skelett. Äh, der Skeletternin, sag ich. Der Zombie ist hin. Wieder alles voll mit Zompigfraster, ne? Aber irgendwo hat irgendwer eine Klinge gezückt. Ja, genau. Mach wieder zu. Nein, das wollte ich natürlich nicht. Ich will die rostige Klinge haben. So. Dann muss ich wieder das Waffel ziehen. Ich meine, wenn wir hier wenigstens ein paar Erzbrocken noch finden würden, wäre ich schon mehr. Wie? Wow, der hat gesessen. Ben. Ausbildiert, du ekelhafter Scheiß-Skelett-Trockel. Aha. Alter. Okay. Boah, die Tür ist buggy. Welch ein Glück. Alter, du dreckiger Echsenmenschen-Krüppel. Echt. Da kann man sie nur aufregen. Ganz den Tag. Wir sterben. Arschkrab. Echt. Unfassbar. Und ein Skelett natürlich auch, ne? Ja. Super. Und ein Zombie und alles. Aua. Hör auf. Du Bastard. Komm, das Skelett. Bring das Skelett um. Wow. Aua. Jawohl. Das Skelett ist hin. Wow. Zombie auch gleich. Alter. Gesterben. Hui. Alter, Schwere, ne? Dann gehen wir wieder saufen. Auf euer Wohl. Ja, das schaut's lieb aus, ne? Wenn hier Echsenmenschen sind, muss es hier auch zweifelsohne ein Drachenei geben. Boah, runter damit, ne? Ja. Da ist nichts zu holen. Dann hämen wir mal die Sachen auf. Da muss ich grad mal schlucken, ey. Skelett, jawohl. Echsenschwert. Was ist denn das denn in der Wand? Das ist ein Skelett-Magier. So ein Schircher. So, wieder speichern. Ich seh grad, das Licht ist auch aus. Mal kurz Licht machen. Das könnte so ein Schircher-Skelett-Magier sein. Den müssen wir gleich wegputzen. Ja, schau, ne? Wie ich das weiß. Ja, mir hat er hier geschluckt. So, hin ist er. Normal muss man den Deppen die Skelette spawnen lassen, solange er Mana hat. Das wird halt zusätzliche Erfahrungspunkte geben, glaub ich. Zumindest war's im Einser-Teil so. Aber darauf verzichte ich mal. So, ja, ja. Wow, mit Anhieb geschafft. Ich bin entzückt. Ich bin entzückt. Ich bin ja schon ein richtiger Schlösser-Knack-Profi. Pah. Genau. So. Dann schauen wir da oben zuerst. Da haben wir nämlich noch ein Skelett-Krüppel. Alter. Stirb weg. So. Und was haben wir da? Eine Steintafel. Ja, da freut sich unser Heldenherz. Das Skelett werden wir auch noch ausrauben. Und dann gehen wir in den nächsten Gang. Aber da war jetzt gar kein Drachen, einer. Es wird scheinbar besser bewacht, als ich gedacht habe. Komm, stirb weg, du dämlicher Zombie. Na komm. Ruck. Jawohl. Geht ja. Ah, da sind die Echsen. Komm nachher, du Trottel. Bam. Zack, Brack. Boom. Clash, Jepfer. Jawohl. Changa. Und Hinesser. Blöde Echsen-Heini. Boah, bin ich froh, wenn ich diese Gefriese nicht mehr sehen brauche. Echt. So. Next one. Oh, wer liegt denn hier? Oh. Ähm. Niemand noch? Wow, ich muss die mal ein bisschen weglocken. Ich muss wissen, wer das ist, der da liegt. So, stirb weg. Jawohl. Alter, na auf damit. Katschanka. So, schon blocken. Jawohl. Perfekt. Ist schon hin. Ist schon passiert. So, her mit deiner Waffe, wo immer die auch liegt. Hallo? Waffe? Ach, Hupfengatsch. Wer bist denn du? Ein Zombie. Ach so, okay. Ist nur ein Zombie. Ja. Und da drüben, da drüben, da liegt ein Drachenei. Boah, drei Eier. Wann, das ist jetzt gerade... Also schon in diesem Part hier, ne? Mal schauen, ob da drüben auch noch eins ist. Das ist doch gescheit, ne? Da können wir fast für die gesamten Drachenjäger eine Rüstung basteln, habe ich so das Gefühl. So. Was haben wir hier noch Schönes? Eine Truhe. Okay. Dann sind wir auch schon fertig. So. Ach, verdammt. Und jetzt? Ach, verdammt. Und jetzt? Mann, ey. So, wie war das jetzt? Passt, okay. Jetzt haben wir es. Und zwar Wein, Bergkristall, ein Trank und ein bisschen Gold. Perfekt. Hui. Na, das war jetzt ein Abenteuer, ein kleines. Perfekt. Gut, jetzt muss ich nur noch die eine, eine einzige Höhle. Fehlt uns jetzt noch... Nein. Doch. Passt. Passt. Nein, ja, doch. Ui. Auf zum Großbauen. So. Und zwar die Höhle da hinten oben. Das Ganze werden wir schnell speichern. So, ja. Und dann laufen wir da rauf. Servus, Pepe. Wie geht's da an Schafen? Ich hoffe, die Wölfe greifen sie nicht mehr an. Ansonsten machen wir jetzt die Wölfe... ...den Wölfen das Leben schwer. Hat sich irgendjemand eingenistet? Nein. Alles ruhig. Perfekt. Ich hätte vielleicht schlafen gehen sollen. Fällt mir gerade ein. Warte mal, da ist doch ein Lager, ne? Da waren einmal Jägerleins zu Hause. Vielleicht haben die ja ein Bett. Habt ihr ein Bett? Nein, aber eine Wasserpfeife. Ist da draußen ein Bett? Im freien Schlafen ist auch nicht immer schlecht. Nein, Mist. Wurscht. Muss so gehen. Aha, da habe ich total übersehen. Ein paar Pfeile und einen Weidenbogen. So. Dann hatschen wir halt da weiter, ne? Da haben wir jetzt keine Höhle. Liegt hier irgendwas? Nein, das ist nur... Ja, wie soll man das nennen? Möglicher Unterschlupf. Schau, was haben wir denn da? Ah, Wuckel. Komm her. Na, komm her. Passt, der ist erledigt. Du auch, kleines Irrlicht. Komm, gestirbt. Ach komm, Irrlicht. Stell dich nicht so an. Changa, komm. Bäm. Zack. Brack. Stirb. Weg. Hallo? Komm. Dann baller ich dich halt weg. So. Passt. Erledigt. Die Sau wird gelootet. Passt. Die heißesten Keiler. Ist wurscht. So, ja. Ah, und da haben wir schon die Höhle. Die letzte auf unserer Liste. Schauen wir mal, was da drinnen haust. Ich fürchte ja weder, es dürfte sich um einen Schattenläufer handeln, wo wir die Dreckshörner nicht mehr abgeben können. Ja, dann müsste ich wieder weinen. Nein, was lebt denn da drinnen? Sind das Goblins? Schaut nach Goblins aus. Ich mach mal Licht, dass er hier in eine Höhle geht. Hallo? Sind das normale Goblins? Schaut irgendwie komisch aus. Könnten sich um Krieger handeln. Nein, sind normale. Mann, super. Da hätte ich schon viel früher können, die Erfahrungspunkte abkassieren, wenn ich mich getraut hätte. Ja, ja. Wow. Wow. Der war... Okay. Aha, da kommen doch mehr. Ja, komm doch her, du Watschka. Ja, ja. Rägt dich ab. Da ist noch einer. Drei Stunden später. Aber seid ihr jetzt fertig? Schaut aus. Gehen wir mal looten. So, Goblin-Krieger. Sind das Fliegen, was da so komisch tut? Da ist nichts zu holen. Ich hoffe mal. Beziehungsweise ein komisches Geräusch. So, ja. Da hinten geht es noch weiter. Ich vermute, dass da auch Ex-Menschen zu Hause sind. Mhm, okay. Drei. Okay. Fisch, Gold und ich glaube, das ist so ein Quarz-Dings oder so. Schön. Dann haben wir hier ein paar Schwammerler. Her damit. Liegt hier noch was? Nein. Dann gehen wir da hinten weiter. Gleich mal wieder wie gewohnt speichern. So, ja. Und schauen wir uns das da hinten an. Ich fürchte, dass... Warte, das ist noch ein Pilz. Ich denke mal, dass es sich da hinten auch um ein... Ja. Echsen-Menschen-Versteck handelt. Mit dem letzten Drachenei, glaube ich. Okay, jetzt kriege ich aufs Maul. Das ist wieder sehr schön. Der Erste ist hinten. Der Zweite ist hinten. Der Dritte ist hinten. Juhu. Sehr schön. Lief. Prima. Schwert. Da müsste noch irgendwo ein Schwertelein sein. Da drüben. So, her damit. Sehr fein. Und jetzt ist hier kein Ei. Aber eine Steintafel. Und zwei Truhen. Aber kein Ei. Ich bin... Ich bin entrüstet. Ich bin enttäuscht. Machen wir hier mal auf. Okay, das hat hingehauen. Ja gut, ungefähr dasselbe wie bei der vorigen Kiste ist hier drin. Oh, dass hier kein Ei ist. Vielleicht haben sie es in die Kiste gepackt. Haha. Ah, natürlich bricht der Dietrich ab. Ja klar. Und jetzt? Okay. Und jetzt? Und jetzt? Ja klar. So, jetzt passt's. Wow, ein Degen. Ein paar Dietriche. Gold. Was zu essen. Schön. Kein Drachenei. Schade. Ich hoffe trotzdem, dass wir alle haben. Ich habe jetzt alle Höhlen durchgeschaut. Also wir haben alle durchgeschaut. Hm. Normal dürfte man nichts vergessen haben. Schauen wir mal nach. Inventar. Wie viele wären es denn, Dracheneier? Ich habe nicht mal eine Ahnung, ob man da eine gewisse Stückzahl haben muss. Ich weiß es wirklich nicht. Das Ei ist warm und von innen hört man leises Kratzen. Ich geht verdammt. Das sind schon... Ach Gottchen, ist das fürchterlich. Das ist gar nicht gut. Trotzdem mal ein kurzer Blick auf die Karte. Das müsste jetzt die Höhle da heroben sein. Ja. So. Wir müssten alle Höhlen geschafft haben. Es dürfte keine übrig sein. Da würde ich es vorschlagen. Ich schaue nochmal ganz kurz in das Wäldchen da hinten rein. Nur so zum Spaß. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Ich habe eh gespeichert. Und dann werden wir einfach mal mit Bennett sprechen. Einen Moment. Da musste ich mal kurz husten. Ja. Das kommt auch in den besten Familien vor, dass man mal husten muss. So, ja. Aber da schaut es eigentlich recht sauber aus. Es sind zwar komische Geräusche hier. Oh, oh, oh. Ja, ja. So viel zu komischen Geräuschen. Ja. Das dürften Skelette sein. Ja, ja. Natürlich. Aber nur niedrigere. Okay. Niedrige Skelette. Die kriegen wir noch klein. Schau. Batsch. Kaputo. Ich sollte trotzdem mal was trinken. Nicht nur, weil es im Hals kratzt. Sondern auch... Zwecks besserem Überleben. Ja. Prost. Trink mal ein paar Schluck. Ungefähr so viel. Ich will dann ja schließlich pennen gehen, dass ich das auch noch auszahle. So, einmal schnell speichern. Dann mal aufs Uri klubschen. Wow. Der Part ist auch gleich zu Ende. Boah. Die Zeit, ne? Das Thema hatten wir eh schon. Ich verfliege so schnell. Viel zu schnell. Viel zu schnell. Das muss man halt auch wissen, ne? Ich hab's halt vergessen. Okay, wir sind einmal drum herum. Das war's. Das war's. Wir haben's geschafft. Wir haben da jetzt mal alles. Auf zu Bennett. Da wird er sich freuen. Das machen wir noch fertig. Der kriegt seine Eier. Das hört sich furchtbar an. Und ja. Dann hoffe ich mal, dass wir eine gute Rüstung kriegen. Dass er uns die zusammenschustern wird. Weil selber bauen glaube ich nicht, dass wir das müssen. Ich hoffe's halt nicht. Wenn, wär's auch wurscht. Wir haben's schon irgendwie hinkriegen. So windschief und grad so haltend am Körper. Servus. Ein paar Dracheneier für dich. Ja, weitere Dracheneier, ne? Interesse an weiteren Dracheneiern? Jö. Ich hab hier noch welche. Ich denke, du wirst jetzt nicht mehr viele finden. Ich weiß ja auch schon bald gar nicht mehr, wohin mit den Dingern. Ach ja, hier, dein Geld. Wow, und jetzt? Ich habe ein paar Drachenschuppen für dich. Echte Drachenschuppen. Ach so, das Nierschuppen. Hier ist dein Gold. So, das dürfte jetzt ausreichend sein. Wenn du willst, kann ich dir eine neue, verbesserte Rüstung verkaufen. Das war jetzt unbewusst richtig, was ich angestellt habe. Die mittlere haben wir schon. Ich will die schwere haben. Wär aber gleich teuer gewesen, wenn du denkst, ne? Die mittlere haben wir schon. Ich will die schwere haben, Schnucki. Naja. Dann müssen wir mal... Ja, ich wüsste echt nicht, wo da jetzt noch welche sein. Könnten Meister der Drachen. Meister der Drachen, sondern... Hm, Xa, das ist verschwunden. Naja, das wissen wir schon. Urschark, Drachen, Eier. Da. Er gab mir diesen Zweck eine Höhlenkarte. Ja, aber da waren wir jetzt überall. Das müssten jetzt alle sein. Für einen guten Preis abkaufen. Ja, dann müssten da noch aber Echsenmenschen sein. Aber ich habe keine Ahnung, wo. Also die Höhlen haben wir definitiv alle besucht. Wüsste ich nicht, wo wir noch welche finden sollten. Du hast da, glaube ich, auch keine neuen Infos. Naja. Hm. Hm. Vielleicht finden wir unterwegs noch ein paar an. Aber nicht mehr heute. Für heute ist genug. Wir waren fleißig. Wir haben viel Geld verdient. Und das passt, glaube ich, schon so. Ich hoffe nur, dass ich das Zeug jetzt da nicht irgendwie brauche, um die Rüstung mir basteln zu können. Ansonsten müssen wir es halt, was wir brauchen, von Bennet zurückkaufen. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich das machen würde. Naja. Okay. Somit bedanke ich mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.